jetzt im winter lege ich sehr großen wert auf die pflege meiner haut und auch auf die pflege meiner lippenhaut die lippen sind gerade durch die wechselwirkung von kalt und warm sehr beansprucht wenn wir von draußen kommen aus dem kalten winter in die warme stube dann wirkt sich das häufig auf unsere haut aus deshalb finde ich es sehr wichtig wenn man vorbeugend und durchgehend die lippen pflegt und trotzdem ein hauch farbe mit rein bringt die arvon luxe serum lippenstifter sind dafür bestens geeignet sie bieten lang anhaltende pflege sogar nachdem man den serum lippenstift abgetragen hat wirkt das serum auch weiter nach es spendet lange feuchtigkeit bis zu 72 stunden und wenn man die pflege mit einer hauch farbe kombinieren kann ist das eine ganz tolle alternative zu den gewöhnlichen lippenpflegestiften die arvon luxe serum lippenstifte gibt es in zehn verschiedenen nuancen und dazu gibt es auch ein serum pflegestift welches dann farbneutral auf den lippen wirkt eine retexturierungstechnologie mit wertvollen aha säuren und glycerin verbessert den zustand deiner lippen von tag zu tag die farben sind satt sie sind deckend und passen sich ideal deine make up an sie sind extrem leicht in der anwendung und sorgen für einen sofort aha effekt beim auftragen die farben sind Nach nur sieben Tagen kann man schon das Ergebnis sehen. Die Lippen sind glatter und sehen gesund aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017